ja willkommen mein name ist der nero ip und ich begrüße euch zurück zu let's play valkyra chronicles wir sind in kapitel 17 hier im kampf gegen jagger oder jäger oder wie auch immer der typ hat uns bis jetzt ein bisschen zu jetzt weil ich von vier kommande punkte haben das ob wir ein kommand und kommandanten ja auch noch kaputt geklöppelt haben der hat seinen camp hier voll vernebelt welken ist beinahe tot und wir wollten ihn reparieren aber dann kam mir so ein typ und hat claudia getötet er sagt deswegen müssen wir jetzt erstmal aus der gefahrenzone ausbringen weil der ist voll im einmal der panzer so der hat sich auf folge eilt er sagt und ich muss mich jetzt zurückziehen dass auch eine leiter noch tschüss wo er kann will nicht mehr aber gehen wir jetzt nach hause gehen so dann können wir erstmal im panzer kaputt ergeben wir auf den nerven dann müssen wir irgendwann versuchen den ganz viel dazu holen die claudia so wenn man richtig anstellen dann kriegen wir den panzer sind ja auch wichtiger finde ich jetzt gerade aber ich habe mir natürlich kann man nur punkte sondern ein schuss mit joko ja gott keine mund zu mehr marina jetzt sicher an das ist noch joko ja schon machen gutes die böe naja ja 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 es war so klar es kann ja nicht einfach sein es muss immer kompliziert sein so er kennt das kriegen wir gleich noch das garantiere ich euch so jetzt war nur den typen da kaputt hauen und camp einnehmen ich will am besten joko ja aus dem weg räumen ich darf ja niemanden irgendwo auf straße lassen irgendwie sind alle in gefahr wenn das so weitergeht so du wirst wahrscheinlich sowieso nicht da hinkommen aber egal jemand muss von rechts wohl so ein papier abziehen kommt schon ja gut so mag du konntest bringt mir nichts mehr nachdem wir schon abgeschossen wurden sind so hey guck mal wenn da ist so sie so und die kann jetzt schön wieso kann ich den von mir aus nicht sehen da tust du mir jetzt nicht echt an oder ich habe mir gerade so im kopf durch genommen jetzt ausreichend so eine scheiße passiert ganz ehrlich eben war es war doch jetzt vollkommen unnötig dass sie jetzt noch getötet wird ganz ehrlich dann immer so sachen die voll die schlacht unnötig verzögern so du kriegst jetzt voll eins aufs maul danke so jetzt nehmen wir das ein weil da kommt jetzt gerade verstärkungen da will ich nicht ein bisschen zurück nicht dass der mich abschießt so kann der keine panzer keine kämpfe eine so super wenn du wirst es ja auch bis dahin schaffen oder ich traue meinen scouts und die haben nix drauf na ich bin ein schlimmster albtraum jetzt kann ich niemanden zur verstärkung rufen da muss alles für die nächste runde warten so wenn man schnuppern so jetzt müsste da eigentlich nicht so schnell hin kommen jetzt hat er immer noch voll viele dinger hier zum bewegen seine einheiten nutzen kann da geht mir auch für nerven grüße hat anders auch kann das sind 15 16 dinger so gehen die meisten aufgott zielen von allen dingen an aber jetzt kommt der auch noch näher hier weg nein oh gott danke da wird jetzt jetzt wieder ein rauch gingen ein gut da gehst du weg warum ist sie denn da warum ist die volle möhre jetzt nach vorne kann mir meiner sagen warum jetzt direkt da vorne ist okay diese scheiß granate aber trotzdem online da ist ein panzer aber gott ist der kappel sterne ich weiß nicht wie ich darauf jetzt kam noch gott rosies tot war dabei auch nix da voll die horrorszenerie hier na die zeitpunkte die sind geschenkt danke ich brauche irgendjemanden der reparieren kann klar oder ich gebe dir noch eine chance und irgendjemanden dahin weiß nicht wen ich muss ich kann hier irgendwie noch lang gehen das mache ich jetzt der auch so ein ding einsetzen würde er hat gedacht marina ich möchte mal kurz gucken kopf vorteil in der mitte ist ist die mitte da kann ich mich sehen verdammt ja du bist mir auf nerven ist mir zu gefährlich zwingt töd ich dich ja so läuft hat mein gott hat jetzt marinas großer tag okay wo ist mein hier ist joko das ist ein scout elite mein panzer repariert sich gar nicht super ja rosie du wirst volle möhre von den dingen jetzt abgeballert ne oder sie bitte oh gott sei dank der schießt gar nicht das weiß man schön hier und heißt ich kann es nicht ich kann jetzt überhaupt nicht gebrauchen hatte ich einen kommandopunkt verliere ich meine natürlich dich so im camp fertig wo sagt mir jetzt nicht der geht jetzt gleich noch ein ding weiter so ich frau jetzt habe ich nicht schon da fehlt mir noch vielleicht kommen wir auch noch dann kommt jetzt wieder am panzer das ding muss irgendwie einnehmen oder hat ja das gehen wir auf nerven aber das ist ein scout alicia erst mal wieder scouten weil das ist ja immer so erfolgreich oder ich gehe mal dahin genau da ist ein scout dann sturmdruck war es könnte eigentlich so nah reinzukommen ich kann ich darüber dass ich mich verarschen ich kann ja nicht mal treffen was sagt denn da ist der andere halte da war er doch na na wo ich sage wo ich hatte ihn grad ich hatte ihn grad da heute aber da da zack komm schon verdammt das ist der plan da kommt ein panzer und da ist eine scout elite marina kannst du nicht irgendjemanden dahinter schießen wissen die ganzen typen na scheiße kann ich noch irgendwo hier hoch dann verschwindet dazu und müssen wir ja da aber noch ein scharfschützen hin zum lande sagt er geht um auch vor genau ich habe idee na du kommst ja nicht durch auch wenn da jetzt ganz viele leute kommen natürlich kannst du nicht da rein ich wollte schon sagen wo ist die lupus die sieht man nicht okay andersrum dann drehe ich mal schön so rum damit ich mein bestes stück getroffen wird was jäger da wo ich bin wirklich lieber noch mal muss man scout da hinten stehen um zu gucken was da los ist das sind ja ganz viele dinge ganz viele sandsäcke übereinander gestapelt so ganz viele rein deswegen gucken wir mal so wer es wagt hier durchzukommen stirbt jetzt kommen die wieder mit ihren eine milliarden verstärkungsgruppen schwierig genau und er wieder er geht noch weiter nach vorne und schießt wahrscheinlich jetzt nochmal das ding uns ab ne rosie aber was macht er da scheiße weg wow ja ich glaube hey wir können jetzt dahin jetzt wir können jetzt voll in die mitte rein weil jäger nicht mehr da ist so willst du sterben nein ich habe muss das so produzieren mit mir ist gewesen wenn er auf rosie losgegangen wäre es kann kontakt von der entfernung er wollte wahrscheinlich zum camp da hinten nehmen wo sie ist auf jeden fall getötet und mitten aus dem rauch da hinten voll und ich sehe das ist ein länder ja aber so kann ich gleich ein ding jetzt wieder dabei einen ingenieur naja die lupus die steht jetzt richtig blöd verwenden tja jawoll so leicht nicht boah ich muss die kämpfe wirklich auseinander nehmen kommandant der bewegt sich jetzt wieder oder hey der bewegt sich gut ich habe ihn provoziert das könnte gut sein jetzt nein ein riesiger panzer ich brauche unbedingt jemanden in der lanze ey was wollen ja wenn die nur weil die explosion explosion mag also nicht dass die explosion so sehr mag ach nein nicht die schermok schon wieder der running dick wird alt so jetzt haben wir wen jetzt glaube ich hm was mache ich jetzt habe ich da nicht auch jemanden geschickt ja marina könnte den können sie nicht ist am griechen ich könnte das ding jetzt hier einnehmen wenn ich es richtig anstellen ob der jetzt alicia abschließt jetzt die frage kümmern kann man sich irgendwie um den panzer macht irgendwas irgendwie hinter den kommen klappt bei ihr immer irgendwie okay das sieht gut aus na na schon er leistet er leistet ich glaube an dich oh gott dies die größte jetzt war drauf ich mag die gefahr gewandt erst mal jetzt kann ich welkin und sehr krass mal heilen aber ich werde das hier einnehmen das sieht gerade so in reichweite aus rosie du nimmst erst mal das sehe ich als kriegserklärung auch vier schüsse gut alles klar läuft gut jetzt am besten noch zu diesem camp hin und haben wir schon mal zwei kämpft das nur sturm pro fahrer ist gut hoffe ich jedenfalls hi na oh gott wieder doch ich nicht danke wunderbar und eine zweite camp eingenommen langsam kommt der sieg in reichweite ok als nächstes nimmt das glaube ich ich mache hierhin verstecken weil dann kann mich nur jäger vielleicht treffen selbst wenn ihr jetzt das camp einnehmen so schnell kommen keine verstärkungs einheiten so hier sieht schon mal gut aus hier oben da sieht auch gerade so in reichweite aus also hat mich hier nur nervt ist hier kommen verdammt viele truppen genau hier erst mal das nehmen aber das noch ein panzer der macht mich nervös das noch ein lancer aber alicia ja es war klar so erst mal du weg jetzt ganz schnell wieder weg weil ich trau dem rat nicht am besten mal oder ja der ist ja durchgefahren kein wunder ja bleib mal hier bei lies jetzt auf die school so dann nehmen wir claudia und reparieren unsere panzer mit die auch mal wieder etwas action abbekommen dann halten die sich am besten mal hier in den nächsten gebäudes auf marina und dingens lager sind da kann ich immer die ganze zeit rausgehen und reparieren und ja da würde ich gern machen da geht den zug hätte ich vielleicht für munition und so nehmen können aber ich glaube ich muss zweimal reparieren kling 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 ja ok gehen wir da hoch ich weiß nicht ob jeder munition da oben hat ich glaube la gott keine männer kling joko genau egal da hinten ist ein panzer dem haben wir nicht so marina schießt mal den lancer ab wir geben ja auch auf den nerven obwohl er gar nichts macht eigentlich also läuft nochmal da hinten wie sieht es hinten aus ich könnte den abschließen dann haben wir noch einen kommand punkt weniger sonst haben wir da keine dann schießen wir dich ab ich gab bei a schön extra schuss leider kann ich nicht noch mal schießen ich habe nur keine munition verbraucht ist ein bisschen ein bisschen irre für ich glaube wir können den panzer schon ein bisschen an kratzen aber egal ich glaube ja reparieren mal welkin voll und ganz was warum nicht ja ich bin auch hier hoch gekommen boah ist das blöd ja das spiel blöd ist ne da kann ich dann jetzt noch machen ich könnte mit rosi ich könnte mit irgendjemanden von hier aus jetzt sein ballern am besten alicia ne komm alicia geh du mal so ganz rum und versuch mal da oben die leute platz zu machen oh gott naja ich gehe lieber nicht da lang das war eine leiter ist mir zu gefährlich ich bin auch da hoch kommen mein gott aber gut das ist überhaupt voll geil sein jetzt ne ja dann haben wir gleich um zwei leute rosi und alicia die müssen das doch schaffen okay gut vielleicht haben wir den kampf schon im nächsten part wo ich glaube nicht eine runde vielleicht noch mehr wenn er macht die nächste runde ein bisschen kurz jetzt kommt auch noch ich habe das gefühl du wirst nicht so oft zu schießen kommen also hat gefühl die runde verläuft für mich was er ist eigentlich voll intelligent er ist ja nicht mehr so viele leute hat keine orders raushauen und die wenigen leute die er noch hat voll möhre aufpowern oh nein ich habe rosie nicht auf rosie gott obwohl rosie ist jetzt in der mitte nein ich idiot oh nein oh nein oh gott ein hp wenn die du rockst so ich dachte schon der schießt da wo rosie ist da kommt schon der nächste man lernt ihr es denn endlich oh also er hat nicht seine anderen beiden schüsse noch ein wer da kommt noch ein länder gott sei dank los komm zu papa komm zu zaka ja ich sollte da vielleicht irgendwie eine sturmtruppe ich glaube ich doch wenn die irgendwie stationieren mit denen da nicht immer alle durchkommen hm jetzt ist natürlich der lupus da mitten im weg was ey oh fuck konter ich kann zwar nicht sehen wer uns da abschießt aber konter mal ich weiß jetzt nicht was passiert ist dass ich geduckt oder keine ahnung aber du willst irgendwie nicht weiter gehen gott sei dank tja dann würde ich sagen warte mal ok da würde ich mal sagen wie sich der kampf hier hoffentlich in der nächsten folge entscheidet werden wir sehen also ja in der nächsten folge danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss